Wir alle haben sie, unsere Vorbilder, die uns beeinflussen bzw. die uns damals in unserer Jugend beeinflusst haben. Und nicht selten hört man bei Gitarristen den Einfluss einzelner Musiker deutlich raus. Im heutigen Video möchte ich über die drei Musiker sprechen, die mich in den letzten 20 Jahren am meisten beeinflusst haben. Und ich möchte erklären, was diese Musiker so besonders macht, was ich von ihnen lernen konnte und in Zukunft auch noch lernen will. Los geht's! Anfangs war ich mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Video heute machen soll, weil ich mir gedacht habe, hey, wo ist denn der Mehrwert? Aber als ich dann darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass diese drei Musiker meine Auffassung von musikalischer Entwicklung eigentlich perfekt abbilden. Und die Leute sind so inspirierend, dass man sie einfach erwähnen muss. Und ich habe halt auch mega Lust auf das Video. Es war übrigens auch überhaupt nicht leicht, sich auf drei Musiker festzulegen. Ich könnte locker über 30 Leute aufzählen, die mich beeinflusst haben. Aber ich habe mir gedacht, hey, das wird den Rahmen sprengen und nimm da wirklich die drei raus, die dich am meisten beeinflusst haben. Und das sind sie. John Frusciante. Ja, zugegeben, das war nicht schwer. John Frusciante hat meine komplette Jugend geprägt mit der Band Red Hot Chili Peppers. Ich habe damals schon so circa zwei Jahre Gitarre gespielt, als ich mich dann intensiver mit den Red Hot Chili Peppers befasst habe. John Frusciante und die Red Hot Chili Peppers waren für mich so das Sprungbrett in die Welt der Harmonielehre, Musiktheorie und der Akkorde. Damals kam das By The Way Album raus und es gab ein Interview, ich glaube in der Zeitschrift Gitarre oder in irgendeiner Gitarrenzeitschrift mit John Frusciante. Und da hat er gesagt, dass er auf dem Album bewusst viele vierstimmige Akkorde und auch Umkehrungen verwendet hat, weil er einfach nicht so diesen klassischen Gitarrensound wollte, sondern er wollte halt einfach, dass die Gitarren ein bisschen anders klingen. Und ich finde, das ist auf dem Album wahnsinnig gut gelungen. Wer jetzt meint, das klingt unnötig kompliziert, nein, es klingt einfach total schön. Mich hat das wahnsinnig fasziniert, was man mit Akkorden alles machen kann. Zwei coole Beispiele, sagen sie auf dem Album, wo er das macht, sind Minor Thing und I Could Die For You. In dem Interview hat John Frusciante auch erwähnt, wie wichtig es ist, sich mit den Grundlagen der Harmonielehre zu befassen und eben halt mit Harmonien, also Akkorden, auszukennen. Und das hört man auch wahnsinnig bei allen, wo er involviert ist, zum Beispiel seine Backing-Gesänge. Ich finde, das sind nach wie vor die coolsten und kreativsten oder mit die coolsten und kreativsten Background-Gesänge, die es in der Pop-Welt gibt. Da würde ich dir unbedingt empfehlen, dir den Song Venice Queen anzuhören. Ab 4.20 in diesem Outro, da zeigt er oder da macht er das, was ich eben so besonders finde an seinen Backing-Gesängen. Und auch beim Song Save the Population am Ende ist er sehr, sehr ähnlich. Ab 3.10, also 3 Minuten und 10 Sekunden und das unbedingt bis zum Schluss anhören, dass man ein Gesamtbild davon bekommt, wie cool er seine Background-Gesänge einsetzt. Er ist für mich quasi sowas wie der Master der Harmonien. Und zwar nicht irgendwie abgespacede Akkorde, sondern er findet, finde ich, immer die perfekte Mischung zwischen Mainstream, also es klingt poppig und ist für alle gut und ein bisschen anders, ein bisschen abgespaceder. Da hat er den perfekten Sweet Spot. Was auch noch ein großer Einfluss war, ist seine Art Rhythmus-Gitarre zu spielen. Auf den älteren Alben, wie zum Beispiel Blood Sugar, Sex Magic, ist es ja sehr, sehr Funk-lastig. Und die Art und Weise zu spielen hat mich damals halt auch sehr mitgeprägt. Und da ist mir dann auch das erste Mal bewusst worden, wie wichtig so ein rhythmisches Pendel ist, das man ja im Funk oft hat. Im Funk geht ja oft die Gitarre so in Sechzehnteln durch, so takka-takka-takka-takka-takka-takka-takka. Und auch wenn es ja nicht durchgeht, dann läuft es irgendwie immer im Hintergrund. Und wenn man dann nur einzelne Töne raushebt, dann groovt es trotzdem, weil man halt immer in diesem rhythmischen Pendel drin ist, in diesem rhythmischen Raster. Ich habe zu dem Thema Rhythmus und rhythmisches Pendel schon mal ein Video gemacht, das werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Ist sehr, sehr interessant für diejenigen, die das noch nicht kennen. Ja, und was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, sind die Improvisationen der Red Hot Chili Peppers. Es gab zum damaligen Zeitpunkt, also ich kannte keine Band, die es geschafft hat, auf Konzerten irgendwie einen Song zu spielen und dann nochmal so ein 2-3-Minuten-Jam dran zu hängen und die Leute flippen total aus. Also ich kenne das von Rock-Konzerten, wenn dann irgendwie das Gitarren-Solo nochmal länger ist, dass die Leute ausflippen. Aber so in diesem Pop-Rock-Bereich, dass es, ich sage jetzt mal, das halbe Konzert eigentlich gejammt oder improvisiert ist, das kannte ich so nicht und finde ich total faszinierend. Ist auch eine Riesenstärke der Red Hot Chili Peppers. Da kann ich die DVD Live at Slane Castle sehr empfehlen. Ich finde die musikalisch richtig, richtig cool. Das trifft eigentlich genau die Sachen auf den Punkt. Ja, der ein oder andere würde sagen, der Gesang ist ziemlich schief. Den muss man halt vielleicht an manchen Stellen ausblenden können. Aber ich finde es trotzdem eins der coolsten Konzerte überhaupt. Da sieht man John Frusciante in Perfektion. In Perfektion, in Anführungszeichen. Denn viele sagen ja, John Frusciante ist technisch nicht wirklich so fit und auch oft unsauber. Und ja, es mag irgendwie auch stimmen. Also es gibt, klar gibt es technisch viel, viel bessere Leute. Aber er ist für mich einfach der Master der Kreativität. Und ja, auch wenn es manchmal unsauber ist, ich finde, ihm kann man es verzeihen. Er hat einfach ganz andere Qualitäten, die ich eben vorher erwähnt habe. Ja, war ein riesen Einfluss für mich. Der zweite Musiker ist Tommy Emanuel. Und was soll man sagen? Der Typ kann einfach alles. Nö, wahrscheinlich auch nicht, aber fast alles. Tommy Emanuel ist für mich der faszinierendste Musiker überhaupt. Vor Corona war der Typ halt einfach das ganze Jahr auf Welttournee. Also wirklich das ganze Jahr und hat riesen Konzertsäle gefüllt. Und das Besondere ist, das halt einfach ganz alleine. Also der Typ steht alleine auf der Bühne mit einer Akustikgitarre und spielt Instrumentalstücke. Und das finde ich total cool. Natürlich singt er auch hin und wieder mal in seinen Konzerten ein, zwei Lieder, aber es ist eher die Ausnahme. Er ist bekannt dafür, dass er als Solo-Entertainer auf der Bühne steht. Und wer sich jetzt denkt, Instrumentalstücke alleine, das ist ja langweilig. Nö, überhaupt nicht. Ich kann mich an kein Konzert erinnern, bei dem ich so fasziniert war, wie nach meinem ersten Tommy Emanuel Konzert. Es ist echt ein Erlebnis. Also der Mensch, der versprüht so viel Energie, positive Energie, das muss man einfach selber gesehen haben. Und bemerkenswert ist auch, er ist jetzt, ich glaube, 66 Jahre und man merkt es ihm halt einfach nicht an. Also ein Energiebündel und ein total inspirierender und faszinierender Mensch. Was mich bei ihm so fasziniert hat und total beeinflusst hat, ist sein Gitarrensound. Er spielt ja nur mit Akustikgitarre, aber es ist unglaublich, was mit einer einzigen Akustikgitarre möglich ist. Mit seiner Maten-Gitarre hat er ein ganz, ganz eigenes Soundbild geprägt und viele Finger-Gitarristen, Finger-Style-Gitarristen streben genau nach diesem Sound. Und das war auch der Grund, warum ich eine Maten-Gitarre gekauft habe, weil ich so fasziniert war von dem Sound. Diese Gitarren, also die Maten, die sind abgenommen über eine Anlage oder einen Akustik-Amp oder halt beides, also erst den Akustik-Amp und dann in die Anlage. Meiner Meinung nach unschlagbar und sind den anderen Gitarren, was Abnahme betrifft, echt meilenweit voraus. Beziehungsweise muss man natürlich auch den Sound mögen. Also ich kenne auch Leute, die sagen, hey, eine Akustik-Gitarre soll gar nicht so fett klingen und das stimmt. Im Band-Kontext ist es dann vielleicht sogar zu viel, aber für Finger-Style-Gitarristen gibt es meiner Meinung nach einfach nichts Besseres. Ich würde wirklich jedem Akustik-Gitarren-Fan empfehlen, ein Tommy Emanuel-Konzert zu besuchen. Man kann es einfach nicht in Worte fassen, was in so einem Konzertsaal soundmäßig mit einer Akustik-Gitarre alles möglich ist. Ich war noch nie so fasziniert nach einem Konzert. Aber Achtung, es wird ziemlich laut. Ja und zusätzlich zu seinem Sound sollte man natürlich auch noch den Ton erwähnen, den er aus den Fingern rausbringt. Es ist Wahnsinn, mit was für einer Dynamik er spielt und er weiß wirklich an jedem Spot der Gitarre, wie klingt es jetzt, wenn ich da spiele, wie klingt es, wenn ich da spiele und er weiß, das halt auch super einzusetzen. Ich finde, der Song Angelina, den er für seine Tochter geschrieben hat, auf dem Endless Road-Album ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie dynamisch und schön sein Ton ist. Ein weiterer riesiger Punkt ist sein Gefühl für Rhythmus und Groove. Da ja er ganz alleine auf der Bühne steht, muss er als Gitarrist viel, viel mehr Punkte abdecken, als es wahrscheinlich ein Gitarrist in einer Band macht, wo es einen Schlagzeug, einen Bassisten und so weiter gibt. Das heißt, er ist komplett alleine für Rhythmus und Groove zuständig. Und Tommy Manuel schafft es super, dass er alleine das rhythmische Feeling von einem Song richtig gut transportiert. Und das ist auch etwas, was mich wahnsinnig an ihm fasziniert. Der Song Green Thumb, auch auf dem Endless Road-Album, ist ein gutes Beispiel, aber eigentlich kann man jeden Song von Tommy Manuel nehmen, sogar auch die Balladen, selbst die Grooven. Also egal, wie langsam das Tempo ist, der spürt das einfach. Also ich finde das mega cool. Was ich bisher noch gar nicht erwähnt habe, ist seine enorme Virtuosität. Also was der für Licks in Geschwindigkeiten rausballert, ist echt Wahnsinn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine Sache, die mich jetzt gar nicht so fasziniert hat, weder bei ihm noch auch bei anderen Gitarristen. Also ich war noch nie jemand, der dann irgendwie von der Schnelligkeit oder Komplexität einzelner Licks wahnsinnig fasziniert war. Klar übe ich das auch gerne mal, aber irgendwie gibt mir das nicht so viel wie die anderen Punkte, die ich gerade oben beschrieben habe. Und ja, ich wollte es einfach nur erwähnen, weil er einfach ein extremer Virtuose auf der Gitarre ist. Und es würden noch einige andere Dinge geben, die man erwähnen kann, aber das waren so die, die mich am meisten geprägt haben. Okay, und der dritte Gitarrist, der heißt Guthrie Trap. Und das ist jetzt eher ein unbekannterer Gitarrist bei uns, leider. Er ist einer der gefragtesten Musiker in Nashville, Tennessee, in Music City. Und ja, wer sich mit der Stadt schon mal befasst hat, weiß, da wimmelt es halt einfach nur so von guten Leuten. Und ja, er ist da, wie gesagt, einer der gefragtesten Gitarristen. Auf ihn bin ich durch seine YouTube-Videos aufmerksam worden. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Also das ist jetzt quasi so der aktuellste, von dem ich einiges lerne. Und was mich an ihm fasziniert hat, war auch nicht seine Virtuosität. Ist auch krass, was der alles spielt und wie der spielt. Aber was mich viel, viel mehr fasziniert hat, das war seine Orientierung auf der Gitarre. Also der Typ hat einfach so einen krassen Überblick, wo welche Akkorde auf der Gitarre sind, wie man die umspielen kann. Das ist faszinierend. Also ich glaube, den könnte man jede Akkordfolge, die noch so wild ist, hinlegen. Und der wird spontan das alles über das ganze Griffbrett spielen können. Und von ihm habe ich wahnsinnig viel gelernt, wie das Griffbrett funktioniert und halt einfach nochmal das Verständnis für das Griffbrett vertieft. Wie ich schon erwähnt habe, hat er einen eigenen YouTube-Kanal, der unter seinem Namen läuft, also Guthrie Trap. Und auf dem YouTube-Kanal geht es auch ganz viel um Orientierung auf der Gitarre und das Griffbrett verstehen. Das ist eigentlich so sein Hauptthema. Allerdings muss man dazu sagen, dass das Tempo auf seinem Kanal ziemlich hoch ist. Das heißt, er setzt schon ein bisschen was voraus und man muss halt einfach schon ein bisschen Ahnung haben, wo was auf der Gitarre ist. Und der Kanal ist auf Englisch. Das heißt, wer da mit Probleme hat, für den ist es dann nicht empfehlenswert. Genau, ich habe einen Online-Kurs von ihm absolviert, der auch richtig gut war, aber da ist es ähnlich. Es, ja, er setzt schon einiges voraus. Das Tempo ist doch ziemlich hoch. Es ist sehr herausfordernd. Wenn man damit aber klarkommt, dann kann man wahnsinnig von seinem Wissen und von seiner Herangehensweise profitieren. Was ganz witzig ist, ist, dass er immer wieder betont, wie unwichtig für ihn die Details der Musiktheorie sind. Also der sagt, hey, die Basics, ja, das ist wichtig, aber alles, was ins Detail geht, kann man vernachlässigen. Wobei man vielleicht auch davon ausgehen muss, dass seine Grundlagen als einer der besten Musiker in Nashville vielleicht auch anders definiert sind als unsere Grundlagen. Aber ich fand es trotzdem ganz sympathisch und auch in seinem Kurs, dass er das immer wieder betont und sagt, hey, du musst jetzt da nicht sämtliche Modes auswendig können und so weiter. Mach einfach Musik, kenn dich mit den Dreiklängern aus, das ist das A und O. Das fand ich sympathisch. Ganz interessant finde ich das ganz unbewusst, also mir ist das erst aufgefallen, als ich jetzt das Video strukturiert habe, dass die drei Personen genau das zusammenfassen, was ich als musikalisch wichtig oder wichtig für die musikalische Entwicklung empfinde. Und zwar ist es einmal Harmonielehre, also die Grundlagen der Musiktheorie, dann Rhythmik und die Orientierung auf der Gitarre. Und natürlich gehören auch Kreativität, Ton und Spaß dazu, aber die drei Punkte, die ich gerade genannt habe, sind so die, wo ich sage, hey, da sollte man wirklich viel dran arbeiten und einen guten Überblick haben und das dann zusammen mit Spaß, Ton und so weiter in Musik umwandeln. Mehr zu den gerade genannten Punkten gibt es in dem Video hier. Nächste Woche kommt dann ein Video zum Thema Double Stops. Wie immer freue ich mich über den Daumen nach oben, über deine Kommentare, teil das Video gern mit Freunden, die das auch interessieren könnte und hab ein schönes Wochenende. Ciao, bis nächste Woche.